Die Vielfalt von YouTube im Vergleich zu konventionellen Medien. Jeder kann sich engagieren und äußern. Ich möchte dir mal so eine Art von Plädoyer bringen für den Kanal YouTube, über den du das ja jetzt hörst. Und ich muss jetzt nicht Statistiken erzählen von das, wie YouTube verbreitet ist weltweit und was es so tut und nicht tut und Kritik, also darum geht es jetzt nicht, sondern es geht einfach um, das ist für diesen Kanal hier auch sehr wesentlich, für diese Engagementmöglichkeit, die jeder hat, um an so einem Kanal tatsächlich teilnehmen zu können. In dem Zusammenhang sollten wir uns auch immer wieder darüber im Klaren sein, dass ein Internetzeitalter andere Möglichkeiten hat, als wenn wir den Vergleich ziehen zu vor 20, 25, 30 Jahren, wo praktisch keine bilateralen Möglichkeiten oder multilateralen Möglichkeiten von Kommunikation bestanden haben, außer jetzt im Telefonieren oder vielleicht in Postkarten oder Briefe schreiben oder sowas an irgendeinen Fernsehsender oder Radiosender oder vielleicht mal als Hörer kurz zugeschaltet zu werden innerhalb von Sekunden und vielleicht Sekunden und dann eben auch aufs Wesentliche reduziert zu werden. Also um diese Dimension mal klar zu machen, gleich zu anfangen, leben wir tatsächlich in einem ganz anderen Zeitalter, also in dem digitalen Internetzeitalter, in dem multilaterale Kommunikationen möglich sind. Bei aller Kritik, die man daran bringen kann, das ist ein ganz wichtiger Fakt, an dem, glaube ich, niemand vorbeigehen kann. Und wenn ich hier so ein Plädoyer für YouTube gebe, dann meine ich natürlich auch damit, dass ich nicht hier Geld empfange von YouTube für diese Werbung, die ich da mitmache, sondern es ist nur eine Feststellung. Und es trifft natürlich für Ähnliches oder für ähnliche Kanäle genauso zu, die auch in Zukunft zu schaffen sind oder die man weiterentwickeln kann, meinetwegen jetzt auch im europäischen Raum oder wo auch immer, um Vergleichbares einfach anzubieten. Da bin ich natürlich, das werden hier einige immer wieder mitbekommen, großer Verfechter von Demokratie, der natürlich auch immer wieder proklamiert, wir nehmen, wir können an Demokratie teilnehmen, wir nehmen an Demokratie teil, wir äußern uns, wir produzieren, wir liefern Content, wir reflektieren, wir kreieren etwas und das stellen wir einer Öffentlichkeit zur Verfügung. Und natürlich zunächst kostenlos, gar keine Frage. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass so etwas wie YouTube in Zukunft, wenn es sich weiterentwickelt, wahrscheinlich nicht mehr kostenlos sein wird, wie auch vieles andere, weil wir natürlich vielleicht auch naiverweise denken, das Internet ist frei für alle und sollte nur freie Sachen zur Verfügung stellen. Aber das wird sich dann in Zukunft zeigen, was da möglich ist oder wie sich die Dinge weiterentwickeln. Die Vielfalt möchte ich betonen von so einem Kanal wie YouTube im Vergleich zu konventionellen Medien. Und mit konventionellen Medien meine ich die öffentlich-rechtlichen, was Deutschland anbelangt, als eben auch die kommerziellen, journalistischen oder medienorientierten Unternehmen, inklusive Buchverlage, sonstige Medienorientierung, die es gibt. Also tatsächlich diese sehr freie Möglichkeit, quasi in Anführungszeichen bewaffnet mit einer Kamera, also nicht bewaffnet, sondern einfach ausgestattet mit einer Kamera, die jeder für mehrere zehn Euro erwerben kann oder entsprechende Audio-Maschine, auch im MP3-Rekorder für auch 10, 20, 30 Euro schon gute Produktionen möglich sind. Also du brauchst heute kein teures Equipment mehr, wie das eben auch noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war, oder 15 Jahren auch der Fall war, selbst vor 15 Jahren, wo man dann doch einen relativen Aufwand betreiben musste, um überhaupt auch ankommen zu können oder das zu haben. Also jeder kann, wenn er schlau genug ist, wenn er kreativ genug ist, wenn er seine Art mit seinen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, die ihr zur Verfügung stehen, tatsächlich hier etwas produziert. Das kann jeder. Mit jedem Smartphone, mit jeder Kamera, die einigermaßen bildstabilisiert wird oder mit jedem Audio-Rekorder, der einigermaßen Qualität hat, und das haben sie heutzutage schon in den Smartphones, und ein Smartphone hat jeder, tatsächlich eine Produktion machen. Und eben auch eine Zuhörerschaft oder Zuschauerschaft zu bekommen, ist natürlich wichtig, dass man überhaupt wahrgenommen wird und dass diese Präsenz sich lohnt, sodass du das eben mitteilen kannst, was du mitteilen möchtest. Es ist also diese Selbstproduktion mit einfachsten Mitteln, wirklich als Alleinunternehmen, als Freischaffender, als Freiberufler, professionell nachahmend, was es natürlich gibt, wenn wir uns die ganzen Kanäle angucken, wo Menschen in Studios sitzen, die wirklich aussehen wie im Nachrichtenstudio, und das verführt ja auch viele Menschen dazu, zu glauben, mein Gott, das ist ja dermaßen gut aufgemacht mit der Beleuchtung, und so wie die da sitzen, die Leute, und all dem, der Kameraführung, und der Schnitt, dieser Bildschnitte, dieser Videoschnitte, die es gibt, dass man dann denkt, oh Gott, das ist ja jetzt was Höheres, was Besseres, und dann ist es vielleicht ein Kanal, der ja auch sehr seltsam ist, oder sowas. Also man kann natürlich in YouTube alles antreffen, um das gleich vorweg zu sagen. Also du kannst den letzten Schrott, den letzten Trash, englischer Ausdruck Trash, Schrott, Müll, sehen, und immer wieder das Gleiche, und wir juristisch angemacht, bis hin zum fürchterlichsten, was eben denkbar ist, leider denkbar ist, und auch machbar ist, aber eben auch zunehmend, und immer mehr, und immer differenzierter, wenn wir den Content, das Hochladen von Videos und Audios sehen, betrachten, dann wächst das ja überproportional an, also wirklich progredient an, progressiv an, und natürlich auch dadurch immer bessere Dinge zu sehen, die vor allem eben neu sind, also ein neues Medienschaffen sind, oder ein neues Medienschaffen in sich bergen. Das heißt, die Potenziale von Bild und Ton, was jetzt YouTube anbelangt, wirklich differenzieren und diversifizieren, sodass tatsächlich alle möglichen Kreationen zum Ausdruck kommen, also von, wie gesagt, vom professionell nachahmenden bis hin zum schnottrig-authentischen, was eine gewisse, zum Beispiel Filmästhetik auch ausmachen kann. Ich persönlich liebe zum Beispiel Reisevlogger, die in der Welt unterwegs sind, mit einer Kamera, die einigermaßen bildstabilisiert ist und gute Grundqualität liefert, vor allem vom Ton, und dann aber auch vom Bild. Das Bild ist gar nicht so wichtig wie der Ton, der Ton ist wichtiger oft. Und was vorzeigbar ist, also die Kamera ständig in der Hand haben, egal in welcher Lebensposition sie sind, und dort eben unterwegs sind Menschen, mit Menschen sprechen, interviewen, Landschaften zeigen, zeigen, wie sie mit Motorrad fahren, wie sie was essen, wie das Hotel aussieht und all diese Geschichten. Und oft erstaunlich mehr über ein Land in seiner Authentizität und in seiner Begegnung mit dem, was in diesen Ländern ist, also vor allem mit den Menschen, den Tieren, den Landschaften, authentisch daherkommt und es oft überzeugender wirkt als eine aufwendige Dokumentarfilmproduktion, die sicherlich gut belehrend ist und die auch gut gemacht ist, aber eben dann doch das Authentische fehlt zur Not oft, wo wir vielleicht auch ein bisschen überfüttert sind heutzutage, wo wir sagen, wir haben so viele Dokumentarfilme über dies und jenes gesehen, mit einer Sprecher-Aufstimme und den Sprecher sieht man gar nicht und hier hat man Protagonisten dem Blogging-Modus stets etwas transportiert, der also immer redet, der spricht, der erklärt, der interviewt, der mit Menschen redet und so weiter. Das ist also eine vollkommen neue Ästhetik, die sich dann darstellt durch das und sicherlich auch immer mehr zunimmt. Vor allem ist der Content, ich nehme mal diesen englischen Ausdruck, auch der Inhalt dessen, was in YouTube präsentiert wird, das eigene, das repräsentiert wird. Und bei dem eigenen ist wichtig, ich, ich nehme jetzt wieder diesen demokratischen Begriff Staatsbürger oder als Bürger, als Mensch, der etwas hineinbringt, der reflektiert, der erfährt, der wirkt einfach auch, der wirkt durch seine Persönlichkeit. Er macht die Erfahrung, dass er durch seine Persönlichkeit tatsächlich auf andere Menschen wirkt, in dem, was er transportiert, was er denen auch zeigt oder zum Hören bringt und all das. Und er arbeitet natürlich, dieser Mensch arbeitet an diesen Themen, der macht sich seine Mühe auf seine Art und es ist eben keine Vorgabeart, wo man sagt jetzt, wie auf einer Journalistenschule, das kannst du nicht machen oder das kannst du machen und nur so geht es, nur diese Kamera geht und nur diese Art von Sprechen ist überzeugend und all das. Es ist ja immer eine Fremdvorgabe, die wir oft erfahren. Und das kennt jeder, diese Erfahrungen zu sagen, kann ich da überhaupt rangehen, ich traue mich das gar nicht. Und YouTube hat also dieses große Potenzial, dass jeder, aber wirklich auch buchstäblich jeder, der sich dazu berufen fühlt, persönlich berufen fühlt, das präsentieren kann und daraus was machen kann. Und wenn er eben dabei bleibt und weitere Erfahrungen sammelt, weiter damit umgeht, weiter, ja einfach Zuschauer anspricht und Zuhörer anspricht, etwas daraus machen kann. Und damit ist es natürlich ein guter Bestandteil von Demokratie, die vorzeigbar wirksam wird. Und Demokratie lebt aus einer Meinungsvielfalt. Also durchaus auch bizarrer Meinungen, ungewöhnlicher Meinungen, aber eben der Meinung der Menschen. Und damit eben der Freiheit, der freien Rede, der freien Äußerung, wenn sie natürlich nicht gegen das Gesetz verstößt, also Hassbotschaften und so weiter, sind natürlich absolut obsolet und die kann man nicht halten. Aber heiße Diskurse, Auseinandersetzungen, Kommunikation, wie gesagt, multilaterale Kommunikation, die ja möglich sind bei YouTube, sind natürlich die Basis oder die Grundlage für einen Diskurs in einer Demokratie und etwas sehr Wichtiges. Und damit ist es buchstäblich ein demokratisches Medium, das vorzeigbar wirksam wird. Das kann man nicht genug unterstreichen und auch nicht genug würdigen. Das möchte ich, wie gesagt, an dieser Stelle jetzt für den Kanal, in dem ich ja schon seit, ich glaube, drei Jahren oder so tätig bin, wirklich mal proklamieren und sagen, dass es etwas ganz Wesentliches ist und dass wir ein Bewusstsein darüber haben sollten, dass wir für umme, also für umsonst, ein Zuschauerpotenzial, Zuhörerpotenzial schaffen können und unser Engagement entsprechend hier drin ist und damit eben die Kreativität, der Eigenausdruck und damit eben auch das Lernen, mit so einem Medium umzugehen und sich überhaupt zu reflektieren, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Was weiß ich vom Schachspiel über Bauanleitungen für Billi-Regale, die so unselig gemacht sind, in den Print-Versionen, wenn du mal bei Ikea warst und das aufgebaut hast, wo du dann jetzt dein Handy daneben stellst und sagst, wie baue ich das und das auf? Und schon findest du ein Film, ein Filmchen, der dir das ganz schnell beibringt. Ich will damit sagen, dass das Medium Film natürlich dann eine ganz andere Aufwertung bekommt, eine vollkommen andere Differenzierung bekommt und geradezu andere Dimensionen möglich sind, als eben in den üblichen Filmwelten, Filmkino-Welten oder öffentlich-rechtlichen oder Privatsender-Welten, die natürlich auch ganz andere Themen haben und sich mit dieser umfassenden Thematik gar nicht beschäftigen wollen und auch gar nicht können in der Hinsicht. Insofern ist es natürlich buchstäblich, dass YouTube ist es, du bist derjenige, der einen Fernsehkanal hat oder fernsehartig eben da, kanalartig wirksam ist. Das heißt, du bist, ich bin, nicht abhängig von irgendeiner Redaktion, von irgendeiner Art von gefärbten Journalismus, wie auch immer gefärbt ist, linksliberal, rechtskonservativ, Gott weiß, wie irgendwie auch öffentlich-rechtlich, in die Verpflichtung des öffentlich-rechtlichen und den Programmauffassungen entsprechen muss oder den Verlagsgepflogenheiten und Verlagsauffassungen entsprechen muss von Verlagen, die das vielleicht in ähnlicher Weise machen oder eben auch abhängig ist von sogenannten Meinungsbildnern, also so ein Magazin wie der Spiegel oder andere nennen sich gerne Meinungsbildner, weil sie natürlich informieren in ihrem Journalismus, aber eben dann auch ihre persönliche Auffassung dazu haben und du immer den Filter hast und das Filtern ist hier der Ausdruck, der wichtig ist und im Grunde genommen der Redaktion ausgeliefert bist im schlimmsten Falle oder eben abhängig bist von einem Lektor, einer Lektorin bei einem Verlag und so weiter. Wobei jetzt YouTube natürlich kein vollkommenes Medium ist. Ich glaube, einer der nächsten Schritte für YouTube, hallo YouTuber, also diejenigen, die es machen, vielleicht hört einer zu, kann ja sein, wäre vollkommen, wenn ich praktisch sämtliche Medien auch präsentieren könnte. Ich kann ja Musikvideos machen, ich kann Audios machen und natürlich die Filme machen. Was noch fehlt, wäre so ein E-Book-Inhalt zu dem, was man da auch liefern kann. Dann wäre YouTube das perfekte Medium schlechthin oder zunächst mal die Annäherung daran als Möglichkeit. Also ich kann es nicht genug unterstreichen, die Unabhängigkeit von öffentlich-rechtlichem oder kommerziellem Medieninhalt, Journalismus und so weiter. Ich will gar nicht von Staatsfernsehen sprechen, das ja immer noch weltweit auch verbreitet ist und wir sehen es ja an der Zensur in China oder in anderen Ländern tatsächlich diese Zensur von demokratischen Medien immer noch stattfindet oder vielleicht auch stärker stattfindet als früher in der Hinsicht. Natürlich sind alles, darüber sind wir uns im Klaren, sowohl ich eben als Produzent oder als Content-Lieferer als auch Zuhörer, ist es immer eine subjektive Wahrheit. Und wer sich mal ein bisschen mit dem Begriff Wahrheit beschäftigt und das tun wir hier auch immer wieder in diesen Audios, der weiß natürlich, dass Wahrheit immer relativ ist. Wahrheit hängt immer vom Standpunkt ab, von der Erörterung ab, von der Situation ab, von der persönlichen Lage und all diesen Dingen. Das sind alles subjektive Wahrheiten. Und natürlich haben wir auch Fake News und Menschen, die bewusst, also falsch Nachrichten reinbringen, um sich zu profilieren, um einfach gegenzuhalten, um dagegen anzustinken, egal wie man das ausdrücken mag. Das ist alles normal. Das sind alles Produktionen, die da sind. Wie gesagt, die sind begrenzt durch das Recht und durch das Recht eben kontrolliert, auch das Verfassungsrecht kontrolliert und das Recht muss dann auch durchgreifen. Gar keine Frage. Aber ansonsten sind Wahrheiten immer relativ und beliebig. Und ich kann Menschen nicht einer einseitigen Wahrheit unterwerfen und kann sagen, so, das ist die Wahrheit und was anderes gilt nicht. Das wäre gegen eine Demokratie. Demokratie muss unterschiedliche Wahrnehmungsvielfalten, subjektive Verarbeitungsvielfalten zulassen und sie dulden und ermöglichen. Sonst ist es eben keine Freiheit mehr. Sonst ist es keine Freiheit der Meinungsäußerung. Und wenn wir an diesem Punkt sind, die Freiheit der Meinungsäußerung ist ja nicht nur ein Monopol des Journalismus oder sonstiger Medien, kommerzieller wie auch öffentlich-rechtlicher oder öffentlicher, sondern es ist eine Meinungsfreiheit des Einzelnen, des Yous. Du produzierst. Du bringst da etwas hinein. Du bist gemeint. Du darfst das sagen. Du bist mit deinem Content beteiligt und so weiter. Insofern würde ich fast behaupten, wenn es so einen Ausdruck gibt, das ist eine Demokratie 2.0, buchstäblich. Die 1.0 war die Demokratie, wie wir sie bisher hatten, eben in den Möglichkeiten, seitdem es Demokratien gibt. Also da gab es so etwas oder gibt es noch so etwas, wie Speakers-Cornern überhaupt auch die Meinungsfreiheit und damit eben auch die Pressefreiheit. Aber die Meinungsfreiheit steht auch noch vor der Pressefreiheit, weil jeder Einzelne kann in einer Demokratie sich frei äußern. Das ist ganz wichtig. Und insofern würde ich mich tatsächlich versteigen zu dem Begriff, YouTube nimmt an diesem Begriff Demokratie 2.0 teil. Also eine Vielfalt zu proklamieren. Eine Vielfalt, die man gar nicht mehr überschauen kann jetzt. Also du kannst gar nicht den Content von YouTube im Laufe eines Lebens dir reinziehen. Das ist auch überflüssig, das wäre auch vollkommener Blödsinn oder geradezu pathologisch, wenn man das täte. Insofern wird man immer nur das suchen, an was man Interesse hat und das entsprechend auch vorgeschlagen bekommen. Wenn wir beim Thema Vorschlagen sind, das wirst du ja auch selber wieder erfahren, wenn du dich für eine Thematik interessierst, dann wird dir Ähnliches immer wieder vorgeschlagen. Und da gibt es natürlich viel Kram, den einen nicht interessiert. Den kann man dann wegblenden, kann eben dann einen Haken setzen, dass man diesen Kanal nicht mehr bekommt. Oder etwas, und das ist interessant, das dich dann weiterführt, das eine Sache weiter differenziert, nochmal von einem anderen Aspekt her unterstreicht und so weiter. Also solche Dinge sind dann möglich. Und ich fand es immer wieder interessant, so in meiner Recherche in YouTube, dass ich dann auf Dinge komme, auf die ich selber gar nicht gekommen wäre oder die mir auch niemand hätte vorschlagen können, außer YouTube selber in seinem Algorithmus, da mal hineinzuschauen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das ist also wirklich in dem buchstäblichen Sinne eine Meinungsvielfalt und eine Präsentationsvielfalt und damit eine Kreationsvielfalt, wie man sie sich überhaupt nur vorstellen kann. Und insofern sind wir bei dem Thema auch, ich bin ja hier auch sehr betont, sehr philosophisch immer wieder, also im Versuch dieses Reflektierens, des sich Gedankenmachens, einen freien Gedanken machen, geht es um das Thema auch immer wieder, Wahrheiten zu suchen und nicht vorgesetzt bekommen. Was wir vormals hatten oder auch noch haben oder parallel haben, ist ja, dass wir Wahrheiten vorgesetzt bekommen, sogenannte Wahrheiten. Und hier geht es darum, Wahrheiten zu suchen und sich selber auf die Suche zu machen, unterscheiden zu können, wem kann ich da Vertrauen schenken und wem eher nicht. Also sich viel auch anzuhören oder anzusehen, um dann selbst, Achtung, als demokratischer Bürger in die Lage versetzt zu sein, sich ein Bild zu machen, ein eigenes Bild von Dingen zu machen. Davon lebt Demokratie. Und da gibt es keine Macht- und Meinungshoheiten oder Priorisierungen oder gar Hierarchisierungen, sondern das ist einfach die Vielfalt an sich. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ich sage auch, Seminarteilnehmern immer wieder in Ausbildungsberufen, wie jetzt Psychotherapie, meinetwegen zu sagen, die Internetrecherche ist etwas sehr Wichtiges, die musst du einfach lernen, damit umzugehen oder du lernst, damit umzugehen und natürlich das Gute vom Schlechteren zu unterscheiden und all diese Möglichkeiten dann auszuschließen, die gar nicht gehen. Also in dem Sinne, professionell zu werden in der Recherchearbeit. Und das trifft für YouTube natürlich auch zu. Es gibt viel Trash, es gibt viel, 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 viel Schrott, ganz viel, aber es gibt auch super Gutes darin und vorzügliches und allemal irgendwelchen kommerziell-journalistischen oder öffentlich-rechtlichen Dingen ebenbürgerlich, wenn sogar noch wesentlich besser, weil einfach neu kreiert in einer neuen Kreativität. Das heißt, wir erleben hier auch immer wieder diverse Ästhetiken in der Präsentation, in der Darstellung und das ist interessant. Zum Beispiel ganz neue Filmästhetiken in der Dokumentation zu erleben oder vielleicht auch sogar im Film an sich. Ich persönlich bin der Auffassung, dass Kino in der heutigen Form, wie wir es heute kennen, eher ein Auslaufmodell sein wird in Zukunft. Das ist meine subjektive Meinung dazu. Aber wir werden erleben, dass eben billig produzierter Inhalt, also nicht mit diesem riesen Kostenaufwand wie einem Hollywood-Film, mehr und mehr produziert wird und eben auch machbar ist und darstellbar ist und dass diese Produktionen mit neuen Ästhetiken, neuem Equipment und so weiter tatsächlich nochmal anders zu Buche schlagen als die bisherige Ästhetik, die uns quasi vorgegeben wurde, weil es nichts anderes gab oder weil man das für das Wesentliche gehalten hat, was eben machbar ist. Insofern, um es nochmal zu sagen, ist es tatsächlich eine Repräsentation eines jeden oder derjenigen Menschen, die beteiligt sind und die eben ihre Arbeit daraus machen und ihre Kreativität daraus entwickeln. Und man kann ja Kommentare einblenden oder nicht einblenden, zulassen, nicht zulassen und insofern haben wir ein sehr diverses Medienbild, das sehr vielfältig ist und die Diversität und die Vielfalt, die Meinungsvielfalt, die Kreationsvielfalt ist etwas sehr Wesentliches und bereichert sämtliche Medien und damit eben die Menschen, die damit umgehen oder als Zuschauer und Zuhörer daran beteiligt sind. Wie gesagt, das ideale YouTube wäre noch ein E-Book-Content, den man hätte. Also daraus dann nochmal was Schriftliches zu machen, sodass man etwas in Ruhe lesen kann, wie ein Kindle und Co. und so weiter und eben dann eben nochmal variieren kann zwischen den Medienpräsentationen, Audio, Video und eben schriftlichem in der Form. Die große Herausforderung für jeden, der bei YouTube tagtäglich ist oder regelmäßig ist, sowohl derjenige, vor allem der Zuhörer, der Zuschauer, ist natürlich die Auswählen zu lernen und das kann man nur lernen, indem man es erfährt und zu sagen, was ist Trash, was ist Kuanon oder was ist ganz grausam von der Auffassung her oder was ist wirklich kriminell auch oder am Rande der Kriminalität, was ist paranoid und da kann man sich sehr schöne Bilder, sehr schöne Eindrücke liefern lassen und ein verantwortungsvoller Mensch, nur um den kann es gehen, der wird natürlich im Laufe der Zeit lernen, eine Auswahl zu bringen und auswählen lernen und das Gute vom weniger Guten, vom Schlechten, vom Grausamen, vom Fürchterlichen zu unterscheiden und dadurch wird er einfach wachsen in seiner Persönlichkeit und ihm wird nicht vorgegeben, wie vielleicht auch in manchen Bildungskurrikula, das und das nur so geht es irgendwie und anders geht es nicht oder meinetwegen jetzt im profanen Mathematikunterricht in der Schule, wo man den Schülern oft sagt, dieser Lösungsweg ist wichtig und das musst du lernen und dann kapierst du es vielleicht nicht in der Integralrechnung oder Differenzialrechnung, weil es eben nur diese Vorgabe Denkwege und Lösungswege gibt, lass die doch selber drauf kommen, das ist viel besser. Also ein diverses Wissen wird auf diese Art zur persönlichen Auffassung und ich betone divers, vielfältig, die Vielfalt ist das Entscheidende und dadurch eben einseitige Meinungslenkungen, Bildungen seltener. Wenn man, wie gesagt, versteht zu navigieren und zu vergleichen, zu differenzieren, was ja jeder Student in einem Studium lernen muss oder jeder auch in einer Ausbildung lernen muss, zu differenzieren, was gibt es denn da und wie gehe ich mit dem, was vorhanden ist, um und wie füge ich eben mein eigenes dazu oder zu welchen eigenen Auffassungen komme ich? Ja, das ist ja der Kern zum Beispiel von wissenschaftlichem Arbeiten, aber auch grundsätzlich, wenn man meinetwegen Künstler ist, Künstlerin, genauso zu sagen, was habe ich denn für Möglichkeiten und wie kann ich das differenzieren? Also ein kleines Plädoyer oder ein großes, wie du es nehmen willst, wie du es sehen willst, für die Vielfalt von YouTube im Vergleich zu konventionellen Medien. Jeder, jeder kann sich engagieren und äußern und produzieren. aber du kannst mitchirken, ich wünsche mir vielmals에 wie », время wenn ich Wahrheit seiner testament hat ich